Astrofotografie ist schwierig, definitiv ein Irrglaube, denn den Sternenhimmel fotografieren kann absolut jeder. Ja, natürlich muss man die Aussage ein bisschen relativieren, denn Astrofotografie kann einfach oder schwierig sein. Der Einstieg kann aber total einfach und leicht gelingen und darum soll es auch hier gehen, um Astrofotografie ohne Hürden. Eine derzeit total beliebte Art der Fotografie ist die Astro-Landschaftsfotografie. Das heißt, man kombiniert Aufnahmen der Landschaft mit dem Sternenhimmel und das schaut dann super ästhetisch aus. Ja, dazu muss man kein technisch versierter Astrofotograf sein. Das gelingt jedem ganz leicht. Auch ganz viele visuelle Beobachter können sich der Faszination nicht entziehen. Damit willkommen zu einem neuen Video von AstroShop. Mein Name ist Markus Schenk und wir werden in den kommenden Minuten sehen, wie einfach das ist mit der Omegon Mini-Track LX3 Aufnahmen vom Sternenhimmel zu machen. Hier kurz noch eine Erklärung zur Astro-Landschaftsfotografie, was das genau ist und wie es eigentlich ausschaut. In den letzten Jahren wurde das zum Trend in der Hobbyastronomie. Man nimmt also die Milchstraße mit Landschaft- und Weitwinkelobjektiven auf. Das hat einfach etwas total Schönes und Ästhetisches. Deswegen sind davon auch Menschen begeistert, die keinen intensiven Hang zur Astronomie haben. Ja, wie entstehen solche Aufnahmen? Zunächst muss man sagen, es ist keine Fantasie. Es ist alles da, es ist alles echt, nur extrem verstärkt. Obwohl ja Fiktion auch manchmal etwas Schönes haben kann. In dem Fall ist es schöner, wenn es echt ist. Wir bedienen uns einer ganz speziellen Aufnahmetechnik. Wir nehmen nicht nur ein Foto auf, sondern gleich mehrere Fotos mit einer etwas längeren Belichtungszeit und kombinieren das dann später mit der Landschaft. Welche Ausrüstung ist dafür nötig? Also zum Beispiel eine Kamera mit wechselbarem Objektiv. Die Kamera sollte die Möglichkeit haben, alles manuell steuern zu können. Und auch ein Objektiv mit Weitwinkel oder Normalbrennweite. Ein Belichtungsautomat ist super, weil Sie da mit ganzer Aufnahmeserien vorprogrammieren können. Eine Mini-Montierung wie die Omegon Mini-Track. Dieser Tracker läuft vollautomatisch und ohne Batterien. Und das ist super, wenn wir mit der Kamera eine Langzeitbelichtung machen. Natürlich darf ein Stativ nicht fehlen, aber es sollte sehr stabil sein. Sinnvoll ist auch eine kleine Polhöhenwiege, denn damit kann ich den Himmelspol besser einstellen. Nochmal ein Blick auf die Mini-Track. Die Mini-Track ist eine Mini-Montierung oder ein Astro-Tracker, der speziell für Astrofotos mit Weitwinkel- oder Normalobjektiven entworfen wurde. Geübte Astrofotografen können aber auch mit Teleobjektiven schöne Aufnahmen erzeugen. Die Mini-Track ist minimalistisch. Hier gibt es kein Guiding, keine komplizierten Schalter. Und das ist auch gut so, denn sie soll in der Bedienung einfach und intuitiv sein. Es ist fast so etwas wie eine Liebeserklärung an die Astrofotografie. Sie soll einfach jedem Spaß machen und so gelingen auch Einsteigern in kurzer Zeit schöne Aufnahmen. Ja, ich setze die Mini-Track einfach auf ein Stativ und dann ziehe ich den Tracker auf. Ja, und dann tickt sie, wie hier. Das bedeutet, sie startet die Nachführung, führt die Kamera dem Sternenhimmel nach. Und 60 Minuten, das ist genug Zeit, um eine ganze Serie von schönen Astroaufnahmen zu machen. Für welche Mini-Tracks sollen sie sich entscheiden? In der Auswahl gibt es die LX3 und die Mini-Track Quattro. Die Quattro besteht aus einem Stück silber-eluxiertem Aluminium und trägt Kameras bis zu 4 kg Gewicht. Integrierte Nadellager sorgen für noch weicheren Lauf, was auf jeden Fall ein klarer Vorteil für gut nachgeführte Aufnahmen ist. Außerdem ist die Mini-Track Quattro am nördlichen und südlichen Sternenhimmel einsetzbar. Also zum Beispiel gut, wenn sie auf Astro-Safari nach Namibia gehen wollen. Und sie brauchen keine zusätzliche Prismenschiene mehr, denn eine Weichsen-GP-Style-Halterung ist schon fest integriert. Außerdem gibt es zwei Fotogewinde in 1 Viertel und 3 Achtel Zoll. Die Quattro besitzt auch ein geändertes und sehr starkes Federsystem direkt auf der Achse. Und das alles verschmilzt noch viel mehr zu einer Einheit. Im Set gibt es auch einen stärkeren Kugelkopf, speziell für schwere Kameras oder eben Kameras mit schweren Objektiven. Ja, unsere Entwickler haben sich viele Gedanken gemacht, wie man Astro-Landscapes noch besser machen kann. Ja, und das ist das Ergebnis. Ja, jetzt kann es rausgehen unter den Sternenhimmel. Die ganze Ausrüstung, das ganze Equipment ist relativ klein und passt insgesamt in einen kleinen Rucksack. Den kann ich schultern und dann eine Wanderung zum nächsten dunklen Ort unternehmen, zum Beispiel auf einen Berg. Das Stativ geht da natürlich nicht rein. Jetzt sind wir draußen in der Natur angekommen. Das erste, was ich mache, das Stativ aufstellen und möglichst gerade ausrichten. Dann ist es auch sinnvoll, eine Polhöhenwiege wie die Deluxe-Polhöhenwiege auf das Stativ zu bringen. Das ist aber nicht zwingend notwendig. Damit lässt sich jedoch der Pol viel genauer einstellen. Je genauer ich das ausrichte, desto länger kann ich belichten. Mit einer Dosengebelle kann ich die Ausrüstung gerade aufstellen. Anhand dieser Skala kann ich gradgenau und besonders bequem die Höhe des Polarsterns einstellen. Die Omegon Minitrack LX3 bekommt eine kleine Schiene zur Aufnahme spendiert. Das Ganze kommt dann auf die Polhöhenwiege. Diese Version der Minitrack besitzt ein Polsucherfernrohr. Damit kann man einfach den Himmels-Nordpol finden. In der Grundversion gibt es aber auch ein Polsucherröhrchen. Hier fehlt noch der Kugelkopf, der später die Kamera tragen wird. Jetzt kann ich auch schon mal die Kamera montieren. Sieht doch schon ganz schick aus, oder? Und nicht vergessen, die Kamera einzustellen, zum Beispiel auf das unkomprimierte RAW-Format. Die Belichtungszeit dann auf B stellen, damit ich so lange, wie ich möchte, belichten kann. Autofokus dann abschalten und auf den manuellen Fokus einstellen. Den automatischen Weißabgleich abschalten. Die spezielle Omegon Minitrack Polsucherbeleuchtung ist in der Nacht sehr hilfreich. Sonst wird es schwer, die Anzeichnung zu sehen. Jetzt kann ich den Polarstern aber schon mal aufsuchen und die Minitrack Norden, hier mit Hilfe einer Polascope-App. Mit den Höhen- und den Azimutschrauben von der Polhöhenwiege ist das überhaupt kein Problem. Die Kamera richte ich jetzt auf einen hellen Stern oder Planeten. Dann versuche ich, die exakte Schärfe zu finden und mache ein paar kurzbelichtete Testaufnahmen. Wenn alles okay ist, richte ich die Kamera dann auf meine Aufnahmeregion. Wenn man die Minitrack aufzieht, bewegt sich die Kamera ein wenig aus dem Bildfeld und das muss man bei der Aufnahme beachten und gegebenenfalls das Feld nochmal genau ausrichten. Ein paar Testfotos mit nur wenigen Sekunden Belichtungszeit wären jetzt gut, um den richtigen Ausschnitt zu finden. Jetzt kann ich die Aufnahme starten, zum Beispiel mit 30 Aufnahmen mit je einer Minute Belichtungszeit. Je kürzer die Brennweite, desto länger können Sie belichten. Bei 50 mm sind es etwa zwei Minuten. Die Nacht ist immer der erste Teil der Aufnahme. Der zweite erfolgt dann einfach am Tag, wenn Sie die Aufnahmen bearbeiten und verarbeiten. Damit vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Beobachten und Fotografieren und bis zum nächsten Mal. Ciao.